Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus und es geht weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Und wir starten jetzt hier sofort Sequenz 6. Pearl Attaway ist Geschichte und wir schauen uns jetzt mal an, wie es weitergeht mit der Story hier von Assassin's Creed. Die Templar-Präsenz soll erhöht werden in London. Also, los geht's, Sequenz 6, jetzt. Sturm auf die Bank. Nachdem Jacob dem hinterhältigen Plan von Pearl Attaway auf die Schliche gekommen war, eliminiert er sie und erobert die Verbrennungskraftmaschinen von den Templern zurück. Jacob stößt durch einen mysteriösen Brief auf eine Verschwörung, die Londons Goldreserven in Gefahr bringt, während Evie einen neuen Plan gegen Lucy Thorn schmiedet, um den Schlüssel zum Eden-Grabtuch zurückzuholen. Da sieht man also wieder, Lucy Thorn ist noch da und Evie weiß das auch ganz genau. Okay, spielen wir Sequenz 6, Sturm auf die Bank. Was haben wir denn hier? Boiler, die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet? Plutus. Dieser Plutus ist also Starrocks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du rausspielen gehst, versuch doch bitte nicht, die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Thorn entkommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wiedergutmachen werde. Er hat sich nochmal die Sachen angesprochen. Ähm, mit dem... Mit der Medizin, dass er ja den Doktor da getötet hat und danach da falsche Medizin verkauft wurde. Ja, hat alles Konsequenzen. So, hier haben wir jetzt auch noch wieder eine Karl-Marx-Mission und das müsste, glaube ich, das müsste auch, wenn ich in den, ähm, Einstellungen hier war, die letzte Karl-Marx-Mission sein, die es überhaupt gibt. Da kriegt man nämlich Weinrot. Das habe ich nämlich gesehen. Weinrot bekommt man, wenn man alle Karl-Marx-Erinnerungen abschließt. Das heißt, das hier ist die letzte. Vox Populi könnte man dann eigentlich machen. Dann hat man die Karl-Marx-Geschichte abgeschlossen. Und die letzten Karl-Marx-Missionen sind ja auch nicht so lange weg. Da kann man sich noch gut dran erinnern. Zu versteckt, da haben wir nichts. Hier ist Jacobs Hauptaufgabe. Eine Frage der Identität. Jetzt mal gucken, ob in dieser Sequenz wieder was Neues da ist. Man hat jetzt gar nichts gesehen aus der, ähm, aus der Gegenwart. So, die Charles-Diggins-Aufgaben, so viel sind das gar nicht. Ich glaube, Darwins Abschluss-Mysterium. Naja, abscheuliches, lol. Ähm, äh, äh, Darwin brauche ich, glaube ich, auch nur ein oder zwei. Dann ist es auch schon wieder fertig. Also diese Neben-Missionen, also diese Nebenaufgaben von den wichtigen Personen hier sind gar nicht so weit. Also, hier Diggins habe ich ja erst zwei gemacht. Da sind noch einiges zu tun. Aber hier Darwin habe ich fast fertig. Und wie gesagt, hier Karl-Marx muss ich noch eine machen. Das ist schon cool. Hier ist, Hauptmission ist nur die... Nee, 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 da, da ist doch Evie-Mensch. Guckt doch mal hin. Vertrag ist Vertrag. Okay. Handschuhvorlage für Illusionen. Erstmal hier Geld aus dem Kasten holen. So, 13.000 erstmal klar gemacht. Okay, hier ist der Green. Ein Dorn im Auge. Einspielung auf Miss Thorn, oder was? Das ist auch eine Aufgabe für Evie. Ich werde aber eh mal den Zug verlassen. Wenn ich jetzt hier mal... So. Will nämlich doch mal hier jetzt zu Karl gehen. Einen guten Karl. So, so weit weg ist er gar nicht. Da ist er. Müsse ich aber auch mal... Ich kann auch hier Schnellreisen hin machen. Machen wir die letzte Karl-Marx-Mission hier. Dann ist das mit dem... Ja, mit dem netten Karl schon vorbei. Eine wichtige Person abgearbeitet. Und ich glaube, ich werde das Weinrot dann sogar auch anlegen. Es sieht irgendwie cool aus. Ich habe das in der Vorschau gesehen. Das will ich euch jetzt hier nicht spoilern. Das werde ich dann anlegen, wenn ich die Mission fertig habe mit Karl. Dann muss ich mir auch gleich nochmal angucken, wie die Reihenfolge ist der Erinnerung hier in Sequenz 6. Damit ich das mal in der richtigen Erinnerung starte. Nicht wie letzte Sequenz 5, wo ich da mit Evie angefangen habe. Mit der Medizin. Und das ja eigentlich später hätte drankommen müssen, wenn man die Reihenfolge strikt einhalten möchte. Das möchte ich natürlich jetzt diesmal in Sequenz 6 vermeiden. Komm schon. Ich wollte nur zum Aussichtspunkt reisen. Mach hinne. So. Wir sind da. Yay. Okay. Angekommen. Ich gehe erstmal runter. Frachtdiebstahl brauche ich nicht. Da oben kurz markiert. Ist auch gar nicht so weit weg. Nee. Geht noch. So. Gehen wir doch mal kurz ins Inventar rein hier. Fortschrittsanzeige. So. Sequenz 5. Auch alles auf 100% natürlich. Und 6. Es ist wieder ein bisschen kürzer, wenn man sich die Mission hier anguckt. Die erste wäre eine Frage der Identität. Da gibt es also mit Jacob weiter. Und Vertrag ist Vertrag. Das ist mit Evie. Und hier ist es ein Dorn im Auge. Okay. Guck mal, da kriegt sich schon die Meister-Assassin-Montur. Nee. Das ist für Jacob die Meister-Assassin-Montur. Ist ja geil. Am Ende von Sequenz 6. Okay. Also, da haben wir schon mal die Reihenfolge. Aber hier, ich kann euch das mal zeigen. Hier, die Sympathisanten. Oder Londoner Geschichte. Genau, hier. Da haben wir es nämlich. Charles Dickens. Zwei habe ich fertig. Da sind noch vier, die ich machen muss. Zugaufgaben habe ich alle fertig. Jetzt habe ich nicht auf 100%. Aber sonst waren das nur die drei. Und hier ist der gute Darwin. Bei Darwin fehlen noch zwei Aufgaben. Und hier bei Karl Marx jetzt die eine. Dann habe ich die alle fertig. Das ist hier neu. Erinnerungen. 0%. Das war vorher noch gar nicht da. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Ich habe da irgendwann, warte mal, irgendwann noch hier Inventar was angezeigt. Ach ja, der neue Gürtel. Der neue Gürtel, Mensch. Der hier, der verbessert mich sogar, wenn ich den upgrade. Genau, plus zwei und plus eins. Ausrüsten, anlegen. Der Scheideweg-Gürtel eben. Aus der Mission. Okay. Habe ich. So, alles anlegen hier. Alles, damit uns das verbessert. Alter, ich habe gerade fast 80.000 hier mit dabei. An Geld, ey. Weg da. Vorsicht. So, wir sind hier auf jeden Fall wieder in den Arbeitsviertel. Die letzte Mission von Karl Marx. Mal gucken, ob er jetzt hier Gewerkschaftsrecht. Ne, ein Rennen will ich jetzt nicht machen. Aber er hat es endgültig geschafft, hier eine Gewerkschaft zu gründen für die armen Leute, die hier ausgebeutet werden. Da ist er Karl Marx, höchstpersönlich. Vox Populi. Beschützen Sie Karl Marx, während er eine Rede hält. Ach, na toll. Der Termin ist jetzt also gekommen, wo er seine Rede halten möchte. Wir konnten ihn nicht davon abbringen. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Ich fürchte, meine kommende Versammlung soll gestört werden. Streitbrecher vielleicht. Oder Polizeispitzel. Rohlinge, die den Vormarsch des Fortschritts fürchten. Ah, dann bin ich jetzt also Leibwächter. Fantastisch. Ich fürchte, dass jede Störung zu einem furchtbaren Gewaltausbruch führen kann. Also entfernen Sie alle Störenfriede, ohne Aufsehen zu erregen. Wunderbar. Danke. Ich muss mich vorbereiten, aber wir sehen uns ja gleich. Eine Leiche in einem Versteck verstecken und keine Polizisten töten. Oh Gott. Ich hätte das vielleicht mit Evie machen sollen. Die ist in Schleichen ein bisschen besser veranlagt. Erstmal Adlerauge, wo sind denn hier Gegner? Gefangenen, Gefangenen, Gefangenen. Ach, ich soll gar keinen... Das sind die Polizisten. Soll ich keinen töten? Kann ich denn so einen Polizist im Versteck fucken? Versteck verstecken? Nee, ich soll eine Leiche verstecken. Aber ich soll doch niemanden töten. Keinen Polizist töten, aber eine Leiche in einem Versteck verstecken. Oh Gott. Und wem töte ich dann? Jetzt musste der Synchronsprecher hier übelst die Rede einsprechen, die man aber kaum hört, weil man hier beschäftigt ist mit der Mission. Okay, die darf ich töten. Vielleicht muss ich die irgendwo... Oh, da kommt der Polizist. Der hat mich gesehen. Unruhe Stifte aus dem Gebiet schaffen. Doch, kriege ich. Die Menge ist ein Polverfassungs... Ich bin... Oh, diese Scheiß... Okay. Okay, die Animation von Karl Marx Tod war nicht ganz so gut gelöst gerade. Der ist einfach umgefallen. Okay, irgendwie muss ich die... Muss ich auch passen, dass mich die Bulli... Die Bulli... Die Bulli... Die Bulli... Auch nicht dabei sehen, wie ich da den Typen niederschlage. Okay, also die... Die Blyters, die kann ich niederschlagen. Dann muss ich sie aus dem Gebiet rausschaffen. Und da darf ich sie dann wahrscheinlich töten. Und dann muss ich sie da... Da irgendwo in der Leiche verstecken. Ich darf aber keinen Polizist töten. Kompliziert. Ja, einfach nur eine Karl-Marx-Mission, die jetzt wieder schwieriger ist als eben die Hauptmission oder vorhin die Hauptmission mit, 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 ähm... mit Pearl Attaway. So, versuchen wir jetzt noch einmal hier eine Leiche zu verstecken und keinen Polizisten zu töten. Mann. Da ist ein Polizist rechts. Ich mach meinen Schleichmodus an. Ich will mir den hier als erstes holen. So. Jetzt mal schnell wegschaffen, den Guten hier. Wenn meine Freunde dich sehen, erschießt sie dich. Was hast du nicht gesehen? Deine Freunde sehen mich auch nicht. Und seine kriegst du weg. Die Menge ist der Kunde nicht drin. Leiche ins Wasser fallen lassen. Boah. So. Eine Leiche versteckt hab ich. Ich muss mir hier schnell die nächsten holen. Weg, 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 weg. Schnell den hier schaffen, mitten mit dem. Ich glaub, ich geh da an die gleiche Stelle. Da den, den ins Wasser zu schmeißen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wenn ich das hier nochmal schaffe. Die anderen dürfen das nur nicht sehen. Und der Polizist hier darf mich auch nicht sehen dabei. Der müsste jetzt hier gleich wieder kommen, ne? Ne, noch ist er nicht da. Aber man hat einfach zu wenig Zeit. Was will er denn jetzt? Ich darf keine Polizisten töten, aber hier wird voll rumgeballert. Einmal leicht sein. Ja, echt. Schau, wie das denn die Polizisten bin ich dann wenigstens in Ruhe. Dass sie jetzt hier sehen, dass ich denen helfe. Ne, ne, ne. Da kommt schon der Erste, der mich hier angreift. Komm schon. Ah, der Polizist, ey. Hau doch auf den. Ich hab ihn nicht getötet. Nein. Er lebt noch. Ich hab ihn nur kurz angepiekt. Nein, nicht dem. Jetzt hör doch mal auf damit. Nein, der macht einen doppelten Taten mit dem Polizisten. Aber ich glaub, die Aufgabe war geschafft. Ich glaub, das war vorher. Beteiligen, was ist denn jetzt? Ich hab einfach wenig Leben. Karl, hilf mir. Die Polizisten wollen mich hauen. Jetzt verfolgen die mich alle noch. Ich versteck mich mal kurz. Deine Mutter haben wir hier. Komm schon. Anonym werden kurz. Oder soll ich die einfach ausschalten, die Polizisten? Ich glaub, das würde schneller gehen und einfacher sein. Ach komm, ich mach mich hier weg. Immerhin habt ihr angefangen, hier mit einem Knüppel auf mich rumzuhaken, ey. Okay, verteidigt, Karl. Aber wie reicht das jetzt? Irgendwie geht's grad nicht weiter, ne? Hallo? Hab ich die Mission kaputt gemacht? Was soll ich jetzt machen? Guck mal, ich hab alle Zusatzaufgaben geschafft. Beschützen Sie Karl, während er eine Rede hält. Er macht ja gar nichts mehr und hier sind auch gar keine Zuschauer mehr da. Das geht aber auch nicht weiter. Hallo? Hallo? Karl? Hab ich jetzt die erste Bug-Mission eher gefunden, oder was? Muss ich die wahrscheinlich nochmal neu starten, oder was? Es geht nicht weiter. Boah, ist das nervig. Ganz ehrlich. Letzten Checkpoint-Laden. Okay, versuchen wir es nochmal. Letzten Checkpoint ja extra geladen, aber es geht hier los, wo die, wo die, wo die, wo die, äh, Schickerei losgeht und so. Die Polizisten gehen mir auf den Sack, echt. kurz da oben hin, schnell weg da. Wie viel hier sind, ey. Oh, der Scheiß-Polizist, ey. Jawoll. Doppel-Laden-Tart. Da ist noch einer. Da ist der noch. Da müsste der Letzte sein. Was denn jetzt? Jetzt geht's weiter. Wir haben den Londoner Arbeitern einen großen Dienst erwiesen. Und die Reformen, die wir anstreben, werden sicher schon bald umgesetzt. Sie wollen nicht zufällig der Arbeiterpartei beitreten. Ich interessiere mich nicht für Politik. Er interessiert sich für nichts, bei dem man nachdenken muss. Heißt das, Sie treten ein, Genossen Evie? Ich fürchte, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ehrenmitgliedschaften vielleicht. Sie geben nicht auf, oder? Das haben wir dann wohl gemeinsam. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Was, eine chaotische Mission. Ein bisschen verpackt das Ganze, würde ich mal sagen. Muss ich das nochmal neu laden, damit das da abgeschlossen wird? Na gut. Leichen verstecken, keine Polizist töten, habe ich geschafft. Und neue Farbe, Weinrot erhalten. Die wollte ich auch haben. Hoffentlich kommt nicht noch öfters so eine Mission, die dann irgendwie haken und einfach nicht weitergehen. Einen Fähigkeitspunkt erhalten. So, wir gehen in Inventar. Da mal rein. Färben. Und da haben wir Weinrot. Es gab noch eigentlich ein besseres Rot, ne? Hier. Blutrot finde ich irgendwie cooler als Weinrot. Mal gucken, wie es in Live aussieht. Wegen den Schwarz. Eigentlich haben die Blighters ja ihr Rot, ne? Die sehe ich nachher aus wie die. Passt aber auch eigentlich ganz gut zusammen alles für dich. Ist halt so dezent. Oder doch lieber blau. Wobei, das ist Ubisoft blau, ne? Ne, das ist... Werbung. Ich lass mal das Weinrot. Ich lass es. So, Karl Marx Erinnerung jetzt endgültig abgeschlossen. Die haben wir alle fertig. Auch wenn die ein bisschen verbuggt war und wir da nochmal ran mussten. Schau ich mal, was ich in der nächsten Folge mache. Ob ich da schon die erste Hauptmission starte oder hier noch Charles Darwin müssen wir noch zwei Sachen machen und Dickens noch vier. Das ist ja die Aufgabe im Zug, genau. Weil in der nächsten Mission wäre ja eigentlich nochmal Jacob dran mit einer Frage der Identität. Ich schau mal, also Leute. Ja, vielen Dank fürs Einschalten hier in der kleinen verbackten Karl-Marx-Mission, die dann auf einmal nicht mehr weiterging. Aber in der nächsten Folge hoffen wir, dass es besser wird. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.